Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Esser Shot unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guard präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Existenzielle Krise und für dieses Achievement müssen wir Mytrax den Auflöser in Uldia auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, ohne dass ein Spielercharakter einen Existenzfragment berührt, das von einem anderen Spielercharakter erschaffen wurde. So zumindest der Achievement-Text, der aber falsch ist. Es ist nämlich genau andersrum. Ihr dürft nämlich keine Kugel aufsammeln, die ihr selber erschaffen habt. Also sprich, ihr dürft nur Kugeln aufsammeln, die andere erschaffen haben, aber nicht eure eigenen. Macht das Ganze nicht unbedingt einfacher. Und nein, das ist auch kein Übersetzungsfehler. Es ist auch im Englischen falschrum. Warum auch immer. Ich habe das auch gesehen, weil ich hier mit dem Englischen klein gespielt habe, nur bei dem Boss hier. Es gibt nämlich eine Weak-Aura, die euch anzeigt, wer eine Kugel aussammelt. Ist ganz praktisch, um zu sehen, woran es liegt. Denn ihr werdet wahrscheinlich hier, so wie ich, mehrere Stunden sein. Das Achievement ist definitiv mit so, 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 so weitem Abstand das Allerschwierigste hier in der Instanz. Das ist, ja, ich würde sogar sagen, Terrakotta-Tanz 2.0 ist. Wem das noch was sagt, auf jeden Fall eine ätzende Sache. Und ihr solltet hier viel, viel Zeit mitbringen. Vom Setup. Ihr wollt, wenn ihr das Achievement angehen wollt, 2 Tanks haben, möglichst viele Ranges, am besten gar kein Melee. Wir hatten jetzt hier einen, weil ich beim Herzig war und den mitgenommen hatte, nachdem er mir versichert hatte, er failed nicht. Und er hat sein Versprechen gehalten. Aber prinzipiell, Meleys bringen euch hier nichts. Ranges sind hier Gold und Heiler sind hier auch Gold. Wir hatten hier tatsächlich mit 4 Heilern auf 13 Leuten gespielt. Hört sich viel an. Es ist nicht so viel zu heilen. Aber man muss teilweise Leute im CC lassen. Und wir haben hier eine 2-Seiten-Taktik gespielt, zu der ich gleich nochmal kommen werde. Und wenn natürlich der einzige Heiler auf der Seite im CC ist, gibt es gar keine Heilung mehr. Deswegen hatten wir uns entschieden, mit 4 Heilern auf 13 Leute zu spielen. Vorher 14 einer ist gedisconnectet. Der hatte leider Pech gehabt. Aber naja, andere Geschichte. So, prinzipiell zum Vorgehen. Es gibt hier verschiedenste Taktiken, um das Ganze zu spielen. Es gibt Taktiken, dass man maximal Range-DDs hat, mit gutem Gear und einfach den Boss durchprügeln und sich gar nicht bewegt. Denn es passiert hier relativ einfach, dass man eine Orb aufsammelt, die seine eigene ist. Und es muss nur einem passieren. Und schon ist das Ejifian verkackt. Denn es ist hier oft auch so, dass Orbs aus einem raus spawnen und wenn man Moves direkt sie einsammelt und gar nicht viel gegen machen kann. Ich erkläre jetzt mal in groben Zügen, wie unsere Taktik funktioniert bzw. was wir machen. Wir haben zwei Gruppen gebildet. Und zwar hier Gruppe 1 und 3 sind die, die von der Tank-Pose aus auf der linken Seite beim lila Mark stehen. Und Gruppe 2 und 4 stehen in groben auf der rechten Seite beim Orangen Mark. So weit, so gut. Jeder von diesen Gruppen bleibt auf ihrer Seite und bewegt sich eigentlich tendenziell gar nicht, bis auf die Tanks. Bei denen ist es so, das werdet ihr gleich nochmal sehen, weil wir jetzt wieder in die erste Phase kommen, da werden wir jetzt dann auch gleich einsteigen. Mit dem Durchsprechen ist es so, dass die Tanks immer einen Hit abbekommen. Wenn sie diesen Hit abbekommen, spawnen sie Orbs um sich herum. Diese Orbs sind natürlich die eigenen Orbs, die dürfen nicht eingesammelt werden. Heißt, Tank kriegt den Hit ab, Orbs spawnen, Tank bewegt sich nicht. Anderer Tank spawnt ab, kriegt auch den Hit ab, spawnt auch Orbs. An dieser Stelle läuft der erste Tank zum zweiten Tank rüber, sammelt seine Orbs ein und der zweite Tank läuft zum ersten Tank rüber und sammelt dem seine Orbs ein. Und dann geht man wieder auf Ausgangsposition, also sprich auf seine Seite zurück. Dann ist man nämlich immer auf der sicheren Seite, dass die Orbs auf seiner Seite immer die schlechten sind, die man nicht aufsammeln darf, und die Orbs auf der anderen Seite immer die guten. Für die Rangers und Heiler gilt selbiges. In der normalen Phase bewegen sie sich gar nicht bis kaum. Manchmal kann man den Strahl ausweichen, wenn man es vorhin sieht, wenn man den Strahl abkriegt, dann nicht im Strahl bewegen, weil im Strahl spawnt man Orbs und dann ist das Achievement eigentlich instant gefailt. Also lieber manchmal einfach nur stehen bleiben, eine Ability fressen und nur in der Intermission-Phase haben wir es gemacht, dass wir dementsprechend dann auch mit den DDS die Orbs gesorgt haben. Es wird nämlich jetzt gleich wieder eine Intermission-Phase kommen. Heißt, in der Intermission machen wir es so, dass sobald das Ad spawnt, alle auf das Ad gehen. Ganz wichtig, wenn er seinen Cast ansetzt zur Intermission, castet er 5-6 Sekunden lang und jetzt kommt nämlich die Intermission, hier haben wir diesen Cast. Wenn dieser Cast ausläuft, spawnt direkt um jeden Spieler Orbs. Jetzt werdet ihr gleich sehen, zack, jetzt spawnen Orbs auch um mich. Hier darf sich auf keinen Fall bewegt werden, auf keinen Fall. Ihr könnt das beste Movement der Welt haben. Die Orb kann natürlich genau in dem Laufweg von euch spawnen, also hier dürft ihr euch auf keinen Fall bewegen. So, jetzt haben wir das Ad hier und jetzt ist es quasi so, dass wir das Ad so schnell wie möglich umhauen. Ihr seht, der Priester da hinten, der wird einfach in dem Dings drin gelassen. Wir hauen hier auch keine Spieler mehr raus in der Intermission. Diese Kreise verschwinden nämlich. Lasst die Leute einfach drin, das ist Fehlpotenzial. Und jetzt laufen wir auf die andere Seite und diese Orbs, weil ich da nie stehe, sind alle gut für mich. Das können keine schlechten Orbs sein und die sammle ich alle ein und das machen die anderen Spieler auch. Beziehungsweise jetzt in der zweiten Intermission sammelt eigentlich keiner mehr außer die Tanks. Ähm, was auf, weil der Bossfight ihr nicht mehr lang geht. Wir haben auch hier in der zweiten Intermission Heldentum gezogen, um die Ads schnell zu töten und dann auf den Boss zu DPSen. Die Ads müssen definitiv sterben, denn sie damagen jeden Spieler. Und normalerweise sagt er im Normale Scheiß, drauf dir ein bisschen Schaden. Aber es werden alle Spieler einen Haufen Stacks haben und die Stacks, ähm, ja, verursachen, dass ihr weniger Life habt. Und ihr sterbt extrem schnell. Weil manche Leute haben hier über 50 Sex, haben weniger als die Hälfte von ihrem normalen Leben. Und das müsst ihr berücksichtigen. Heißt, wir DPSen wirklich erst alle Ads um, stellen uns dann auf und jetzt ist quasi die letzte Phase 1 und jetzt bewegt sich wirklich keiner mehr. Die Tanks spotten nur noch hin und her und das war's und der Boss wird umgehauen. Mehr ist es dann nicht mehr. Es gibt hier verschiedenste Taktiken, aber ich kann euch wirklich ans Herz legen, äh, umso weniger Millis, umso besser. Weil Millis müssen halt einfach auch zu den Ads moving und haben dahin gehend ein größeres Failpotential. Weil Rangers können theoretisch auch den ganzen Kampf stehen bleiben. Und, äh, wir sind ganz gut mit meiner Taktik gefahren, dass wir nur in der Intermission auf die andere Seite rüberlaufen und die Ops sorgten. Wir hatten es am Anfang mit verschiedenen Sachen probiert, wie mit, äh, zwei Leute sprechen sich ab und sorgten gegenseitig die Ops. Man blickt irgendwann nicht rum, die teilweise fliegen die Ops von einem so weit weg, dass sie sich vermischen und man kann dann nicht mehr sagen, von wem war welche Orb. Man sieht's einfach nicht mehr. Ja, es ist fast nicht möglich, deswegen verbringen hier einige und ich auch mehrere Stunden, bis sie diesen Erfolg haben. Ja, das waren die Tipps, die ich euch geben konnte. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen, ähm, weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen habt und ihr werdet bestimmt hier ein bisschen Fragen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde euch die Wieg Aura einmal verlinken, beziehungsweise von WoW her habe ich sie. Da findet ihr sie auch unter dem Achievement. Und, und ja, ähm, dann wünsche ich euch viel Glück und gute Nerven, vor allem bei dem Erfolg. Und, ja, das war's mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein wenig weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.